Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Sunset. Der Sunset ist ein auf Weinbrand basierender, klassischer Cocktail, sehr fruchtig und frisch. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 3cl Weinbrand 2cl Edelkirschcreme 6cl Ananassaft 6cl Orangensaft Eiswürfel Scheibe Limet Erdbeere Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Longdrinkglas Zubereitung Den Weinbrand, den Likör und die Säfte in einem Shaker gut schütteln. In ein Longdrinkglas auf Eiswürfel abseihen. Mit Limet und Erdbeeren garnieren. Sofort servieren. Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen Schwierigkeit leicht Alkoholische Getränke Longdrinks mit Likör Cocktails mit Fruchtlikör Longdrinks mit Weinbrand Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Die Säfte in der Zubereitung 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 Die Säfte in der Zubereitung